Leute, Servus! Na, kennt ihr noch? Highschool.txt? Ha! Damit hat ja alles angefangen auf dem Kanal. Naja, zumindest so richtig. Ich hab auch schon jahrelang davor gemacht, aber ist jetzt egal, auf jeden Fall. Ähm, kam ja vor zwei Jahren jetzt fast inzwischen die vierte Staffel, das ist schon ein Stück her. Die war sehr umstritten bei den Fans. Das ist hauptsächlich allerdings wegen der Animation, weil, naja, ich sag mal so, es sieht nicht ganz so gut aus wie früher. Es ist ein sehr anderer, neuerer, gewöhnungsbedürftigerer, süßer gezeichneter Stil als der, naja, alte von TNK? Ja, so heißt es, Schule, genau. Ähm, hier, Passioné, übrigens, hat Hero gemacht, ne? Falls ihr sie noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ähm, ja. Die ist ja jetzt vor zwei Jahren in Japan gelaufen, natürlich hielt es dann bei Anime on Demand, dem Ernstfand erschienen. Ähm, und nach langer, langer Zeit, nach langen zwei Jahren, da hat sich, wie gesagt, Kasema entschieden, Okay, wir bringen im April die vierte Staffel auf Deutsch, auf Disc. Doch, naja, mehr Infos haben wir noch nicht bekommen. Jetzt gibt es allerdings die ersten Infos und die sind heute, beziehungsweise eigentlich schon gestern, rausgekommen. Bin ich gerade einfach mal so, just for fun, drüber gestolpert und die werde ich euch jetzt präsentieren. Disc-Termin und erste Infos zur Synchronisation. Natürlich will ich, dass, ähm, die alten Synchro, äh, weil wir schon die alten Synchronsprecher dabei sind. Ich lese vor. Nachdem Kassé-Anime bereits vor einiger Zeit bekannt gab, dass die vierte Staffel von Highschool.id im Frühjahr 2020 auf Disc erscheint, enthüllte der Publisher nun den genauen Termin. Zudem sind mittlerweile erste Details zur Synchronisation bekannt. Erstes Volume im Mai. Das erste von insgesamt vier Volumes, wer hätt's gedacht, ist ja auch Kassé, kommt demnach voraussichtlich am 25. Mai 2020 mit deutscher und japanischer Sprachausgabe als DVD und Blu-ray in den Handel. Als extra wird dabei ein Sammelschuber geboten. Die Termine der weiteren Volumes sind noch nicht bekannt. Ja, also, wie wir es natürlich von Kassé, den Geldgeilen, kennen, machen sie wieder vier Volumes, zwölf Folgen. Ihr könnt euch vorstellen, drei Folgen. Für drei Folgen 35 Euro. Kriegt ihr noch einen Sammelschuber hinterher. So wird's ungefähr wieder laufen. Wer hätt's gedacht. Für die deutsche Fassung wurde die TNT-Media-GMP beauftragt. Jeffrey Wiprecht führte dabei die Dialogregie, während Tom, Silliman und Michael Egler das Dialogbuch verfasst haben. Ich kann jetzt nicht sagen, also, da reicht auch mein Wissen nicht, ne? Ob das jetzt die OGs sind oder nicht. Highschool DX Zero entstand unter dem Regie von Blablabla. Passion, ne, genau, hab ich ja schon gerade eben erzählt. Ja, und das war's. Ist der Jodo, Jeffrey Wiprecht, Rias Kremuri, Carmen Cutt und Heide Innenfeld. Ja, hm. Ich kenn die Namen jetzt auch nicht auswendig, deswegen werden wir die einfach mal live googeln. Ob's der OG ist. Ich hoffe es, weil ansonsten macht die deutsche Synchro keinen Sinn. Jeffrey Wiprecht, bist du, bist du, der, den wir wollen? Oh nein, oh oh nein, doch, doch! Der Original ist der Jodo, ist zurückgekehrt. Fuck yeah. Ja, das ist doch schon mal eine gute Neuigkeit. Geiler Synchronsprecher an der Stelle, ich mag den total. Mir ist bloß der Name nicht eingefallen. Carmen Cutt. Könnte auch die Original Rias Kremuri dann sein. Wir werden sehen. Spannung. Spannung, Spannung, Spannung. Oh Junge, wie viele denn Sprecher. Serien. Es ist gut, die XC-Hero. Ja, wissen wir. Ja. Wir haben die Original... Uh, 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 uh. Wir haben die Original Rias Kremuri, dann wird es auch wahrscheinlich die Original Asia sein, aber Asia interessiert ja niemanden. Also, wir können ausgehen. Die Original Synchronsprecher sind zurück. Geil. Fuck yeah. Geil, Leute. Das könnte wieder Spaß machen, die Scheiße dann zu gucken. Allerdings wird wahrscheinlich die deutsche Synchro vor Weihnachten dieses Jahr nicht fertig werden. Weil, ihr müsst euch vorstellen, obwohl, vielleicht Oktober. Ich sag, ich peile Oktober an, sind alle Folgen draußen. Wenn Ende Mai die erste kommt, die ersten drei Folgen, dann wird es ein bisschen dauern, ja. Ähm, kaufen. Das ist so ein Ding, drei Folgen, 35 Euro. Ich hab ja schon die englische, ähm, indonesische Version. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal kaufen muss. Ähm, ja. Soviel zu DXT. Leute. Geil. Bis zum nächsten Mal.